Natürlicher Lippenaufbau, das ist der Wunsch vieler Patientinnen, die einen harmonischen Lippenaufbau wünschen, ohne dass es besonders auffällig wird, aber trotzdem attraktiv und die Konturen deutlich sichtbar zu machen. Die Patientin ist auch nicht das erste Mal bei uns, das ist jetzt eine Folgebehandlung. Die Konturen werden hier schön bearbeitet, sodass dann am Ende ein natürliches Ergebnis erscheint. Auch der sogenannte Liebesbogen, das Filtrum wird hier bearbeitet werden. Dann denke ich, hat man ein sehr schönes Ergebnis am Ende. Und hier wird gerade auch das Filtrum bearbeitet. Man sieht natürlich noch die Einstichstellen, eine leichte Schwellung. Das liegt natürlich daran, dass hier gerade eine frische Behandlung durchgeführt worden ist. Ich denke aber, jeder wird relativ schnell erkennen können, dass es hier ein sehr schönes Ergebnis sein wird.